Das ist Maunzi, ja. Das ist Maunzi. Wer Maunzi hat, ja, meine Damen und Herren, der ist wirklich ein glücklicher Mensch, ja. Maunzi ist ein ganz, 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 ganz tolles Tier. Was? Achso. Du darfst natürlich nicht lächeln, ja. Ich hab die Augen zugemacht. Ich sag's dir nochmal, also Maunzi ist ein friedliches Tier. Achso. Scheiße. Die beste Show der Welt. Samstag, 30. April, 20.15 Uhr. ProSieben. Untertitelung. BR 2018